Norddeutscher Rundfunk 2021 Und? Wie sieht's aus? Was glaubst du nicht? Ein Riesenvieh angefahren. Kann mir keiner erzählen, dass er das nicht gemerkt hat. Fahrerflucht, ganz klar. Ich hab eigentlich gemeint wegen der Toten von der Bushaltung. Hat sie Papiere bei sich? Nix. Ich unterschreibe nix! Hallo Lisa, ich erreiche meinen Vater nicht und ich mach mir langsam Sorgen. Solang es keine Anzeigen für eine Straftat oder einen Unfall gibt, sind wir leider die Hände gebunden. Wollen Sie Anzeige erstatten, Frau Brettschneider? Gegen die Silvia? Das war leider nicht die Silvia. Das war eine Betrügerin, Frau Brettschneider. Ich würde mir gerne den Fundort der Leiche anschauen. Wollen Sie mich da begleiten? Verdächtige ich mich der Herr Kollege Zellinger? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder Herr Zellinger? Ich fahr schon mal vor. Ich fahr schon mal vor. Stefan, meine Güter haben von den inquir FAF. Ich bedrockne den